Erst der Brexit, jetzt die Corona-Pandemie. Europa steht unter Druck. Wir wissen, dass nur ein gemeinsames Europa eine Chance hat. Darum die Frage, was können, was müssen wir jetzt tun, damit Europa nicht zerbricht? Was gibt den Verschwörungsgläubigen derzeit so viel Nahrung? Und sind das eigentlich ungewöhnlich viele oder ist das eher wie immer und sie fallen nur besonders auf? Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren sind die letzten, die wieder in den Kindergarten oder die Grundschule gehen dürfen. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie für diese Altersgruppe ein? Es gibt ja den schönen Spruch, wer am lautesten schreit, der findet am meisten Gehör. Wer schreit denn momentan vielleicht auch zu viel und wer bleibt auf der Strecke und findet gar kein Gehör? Vom Homeoffice sind Männer und Frauen betroffen. Homeschooling dagegen scheint allein an den Müttern hängen zu bleiben. Was ist dran am Rollback? Die Corona-Pandemie treibt den digitalen Wandel voran. Wie lässt sich Digitalisierung als breites gesellschaftliches Projekt gestalten? Trost spenden, Hoffnung am Leben halten, Schwache unterstützen. Was sagen und tun die Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Krise und sind sie dabei deutlich genug? Wer eskaliert im politischen Raum wie und mit welchem Ergebnis? 2.30 Uhr Untertitelung des ZDF, 2020